Ja, willkommen hier zurück bei Mega Man 6 mittlerweile und ja, ich habe mich mal ein bisschen belesen, allerdings nicht ganz so gründlich, nur halt mal, ja, um zu gucken, ob wir denn noch Sachen benötigen, ja, tatsächlich ja, denn wir müssen noch mal in ein paar Level rein, weil ich überlegen bin, ob ich nicht vielleicht sogar in alle noch mal reingehe, um wirklich jetzt jedes Geheimnis zu lüften. Ähm, und man hätte es wirklich auch anders machen können, nämlich die Reihenfolge, dann hätten wir die, ja, Adapters von, die Adapters, ja, Mega Man and Adapters, die neue Band, ähm, hätte man die, ja, die Adapter viel früher bekommen können, ähm, ja, und da wir die Reihenfolge aber nicht so gespielt haben, naja, äh, war das halt eben so, nicht wahr? Egal. So, wir gucken mal, ob wir hier noch was vergessen haben, wie gesagt, ich schaue auch mal schnell, wie viel Leben wir noch haben, 1, weil dann würde ich mich nämlich einfach umbringen, äh, wenn wir dann aus dem Level raus müssen, weil Leben kriegen wir ja mehr oder weniger wieder genug irgendwann, Alter. So, wir brauchen wieder ein bisschen reinkommen hier, so. Wie gesagt, da unten können wir jetzt auch schon rein, da gehen wir mal auf den Pow, 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 Power Adapter. So, und schon können wir hier rein. Was ist hier? Ah ja, erstmal der hier. Ach, na toll, darf ich nicht so nah kommen. So, okay. Pam! Ich mag diesen Power Adapter, ich find den so cool. Halt, wie gesagt, man kann nicht rutschen, ne, das ist der einzige Nachteil. Aber wer will schon mit diesen Schulterpolstern rutschen? Ach du heilige, wer bist du denn? Äh, ich geh erstmal wieder auf normal, ne? Ah ja, in die Augen. Schieß mir in die Augen! Wow, hier, hier. Frogman. Ja, ja, mach doch ruhig mal deine Dinger da. Ach Mist, ich wollte durchrutschen. Ah ja, das war's schon. Cool, den hätten wir voll nicht gesehen, diesen Zwischengegner, wäre ich jetzt nicht nochmal hier hingegangen. Ein E-Tank, yay! Super, Mist, ja. So. Dafür hätte ich gerne eine Schnellwahl, irgendwie so über die RT und LT-Tasten. Geht das irgendwie? Aber ich glaube nicht, ne? Ja, ich kann die Waffen, das geht erst bei Mega Man X. Da kann man die, über die Kopftasten, also RT, LT, da kann man das wechseln. Hier geht das noch gar nicht. So. Dann müssten wir gleich auch wieder ins normale Spielgeschehen kommen. Ich glaube nämlich genau hier. Weil ich erinnere mich, dass diese Leiter da unten war und ich hab gedacht, äh. Von da kommt man doch dann wahrscheinlich sogar dahin. Oder kam. Ah, guck mal da. Da können wir auch hoch. So. Wo geht's denn hier hin? So, wie war denn das noch? Äh, ach ja, genau. Zack. Ich liebe diesen Jet Adopter. So. Äh, Entschuldigung. Ja. Ähm. Ich glaube, wir haben wohl die Mitte, ne? Ja, ja, alles gut. Ich hab vergessen, dass der Jet hier ein bisschen braucht, bis er anspringt. Das war gerade so ein bisschen, äh, ja. Ich hätte direkt Gas geben sollen. Ich weiß gar nicht, ob man dieses Vieh kaputt machen kann. So, Moment. Genau, am besten direkt hochspringen. Möglichst das Ding nicht treffen. Jawohl, so. Passt schon. So, da ist wieder er. Ja, normal, ne? Na, schade. Dreimal muss ich bekämpfen. Meine Güte. So, da. Oh, wo geht's denn hier hin? Auch hier kommt man, alter was. Hier kommt man auch nur hoch, wenn man den Jet benutzt, ne? Ich glaube, ja. Jawohl. Bleib mal auf dem Jet, wer weiß, was uns hier noch erwartet. Oh, jei, jei. Kann ich mich eigentlich aufladen mit dem Jet? Nee, ne? Oh, was ist das denn? Oh, jei, 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 jei. Tschö. So. Müssen wir jetzt nochmal gegen den Armato-Man kämpfen? Ähm, was war denn nochmal die Schwäche? Ja, das habe ich gerade dezent vergessen. Ich glaube, es war der Silver Tee, oder? Ich glaube, der war das. Weil der Speer hilft auf jeden Fall gegen Night-Man. Ich probiere es einfach mal. Wir müssen tatsächlich nochmal gegen ihn kämpfen. Leck mich am Arsch, okay? Ja, es war die Waffe. Okay, ich stelle mich nur gerade ein bisschen dämlich an. Ja, egal. Müssen wir halt nochmal zu ihm gleich im Notfall. Oh, wei, wei. Ja, das war klar. Das war so klar. Ich war auch ein bisschen dämlich. Ich hatte ganz seinen Bewegungsmuster vergessen. Ja, egal. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Kriegen wir hin. So, wir continuieren das einfach nochmal. Wir haben heute genug Zeit dabei. Wir kriegen das hin. Ich muss mich auch erstmal wieder ein bisschen warm spielen. So, ist einfach so. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir aber trotzdem den Weg hier. Weil wir da etwas schneller sind. So, brauchen die anderen nicht auch noch machen. So, außerdem ist der Poweranzug ein bisschen stärker. Was ich persönlich sehr gut finde. So, müsste aber auch die Silbertiwache wieder aufgeladen sein, glaube ich, oder? Hoffentlich. Achso, das geht natürlich dann nicht. Ja, dann machen wir nochmal. Ich würde vielleicht gerne mal unter diesem G-Mini-Laser drunter durchrutschen. Genau, nämlich so. Jawohl. Und wir kriegen noch einen zweiten E-Tank. Das darf man nicht vergessen. Haha. So, ich werde dann gleich einfach speichern. So, und ich glaube, das ist, wenn ich das richtig gelesen habe, dann auch der richtige Yamato-Man. Der andere war dann, ja, keine Ahnung. Der kleine Bruder. Ich habe keine Ahnung. Gibt auf jeden Fall, glaube ich, in jedem Level dann auch noch den... Oder nicht in jedem Level, sondern halt nur diesen vier, dann jeweils den richtigen Man. Also, ne? Ich weiß nicht, ob der dann auch sogar ein bisschen schwerer ist als der normale. Das kann ich gar nicht sagen. Ach, mit dem Ding kann man auch nicht rutschen. Ai, ai, ai. Klar, mit dem riesen Rucksack. Da wird das natürlich etwas schwierig. Das kann ich dann sogar ein bisschen verstehen. Ähm. Ja, toll. Das ist ja spitze. So. Ich glaube, der Jet-Power habe ich aber auch keine stärkere Dings, ne? Also, bin ich nicht stärker mit der Schutzwaffe? Glaube ich jedenfalls nicht. Egal. Dann gucken wir ihn jetzt ein bisschen schneller downkriegen. Ne, wir müssen trotzdem dreimal angreifen können. Aber das macht nichts. So. Mach ich gleich einfach vor der Yamato-Stage nochmal ein Safe-State. Ich denke, das passt schon. So. Jet-Power, bitte. So cool mit dem Rumfliegen. Ja, natürlich. War ja klar. Oh, noch ein Leben. Oh, sehr gut. Das ist schön. Das freut mich. So, wir gehen auf den Silver-Tee. Auf den Tomahawk. So. Hat doch gar nicht so lange gedauert. Okay. Äh, einmal speichern, bitte. Danke schön. So. Yamato, man. So. Hier mache ich Sushi. So, und haben wir genug Zeit dafür, wegzurutschen. Sehr gut. Oder in den Rhein. Das geht natürlich alles. Oh, sehr gut. Klappt ja prima. Ich wollte ihn eigentlich ohne E-Tank schaffen. Mann. Das ist ja gar nicht so wild. Ich weiß nicht, was ich mich da so schwer tue mit. So, komm her. Darf ich halt von diesem Dings nicht treffen lassen. Alter. Ja, genau. Sag mal, was geht denn heute für ein Film hier ab? Wieso treffe ich denn? Oder warum trifft er mich denn immer so? Ist ja wohl ätzend. Ich will dafür keinen E-Tank verbrauchen. Ich hätte das sonst auch geschafft. So, ich sollte vielleicht gleich erstmal ausweichen, nachdem ich geschossen habe. Weil er eigentlich immer dasselbe macht am Anfang. Na, oder auch nicht. Toll. Ah, das funktioniert ja einwandfrei. Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Was stelle ich mich denn so dämlich an bei dem? Das ist doch wohl nicht wahr. Der ist eigentlich gar nicht so wild. Du musst nur über ihn drüber hüpfen. Dann passt das. So, ja, genau. Okay. So, jetzt rennt er. Jetzt muss ich drüber hüpfen. Sollte man meinen. Ja, toll. Aber mein Gamepad ist auch irgendwie dafür nicht geeignet, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich gehe doch wieder auf den normalen NES-Controller. Ich habe ja hier so ein Gamepad von Logitech. Das Gefühl, dass das nicht so gut dafür geeignet ist manchmal. Jetzt macht er wieder das Gamepad dafür verantwortlich, dass er nicht spielen kann. Wenn er jetzt so schlecht ist. Ja, genau. So, jetzt bin ich nämlich auch drüber gehüpft. Aha, siehst du mal. So, wer ist jetzt hier der... Der Man of the Man? So, ich bin das. Jawohl. Geschafft. So, wie sieht es jetzt aus? Noch vier Lebensstriche. Eintreffer nicht mehr tot gewesen. Egal. So. Wunderbärchen. So, was kriegen wir denn jetzt noch Schönes? Ich habe doch eigentlich schon den Y-Spare. Oh, die Beat E-Parts. Wir können doch noch Mr. Beat kriegen. Ja, Spitze, würde ich sagen. Weil den Yamato-Spare, den habe ich ja eigentlich schon. Aber wir haben... Ah, guck mal. Jetzt steht da E. Alles klar, würde ich sagen. Okay, dann geht es weiter zu Nightman. Wir gehen die jetzt einfach der Reihe nach durch. Was soll das denn? So, Capital of Science übrigens. Ach so. Ach, die Musik hier ist nicht so cool. So, aber hier erstmal kurz Safe State. So, ah ja, die Dinger. So, der Power-Adapter. Weil das Leben möchte ich dann gerne haben. So, können wir das Ding eigentlich kaputt machen? Ja, super. Wir können die Fässer kaputt hauen. Das finde ich ja absolut spitze. Was zur Hölle war das denn jetzt gerade für eine Aktion? Das Ding konnten wir einfach da hinten schleudern. So, wie weit geht das denn runter? Soweit. Ah ja. Komm, ab nach oben mit dir. So. Ja, natürlich. Diese Fakten-Dinger. Was, bitte? Haben wir einen Schaden gemacht? Was, bitte? Exorbitanter Schaden gerade. Musste ich nicht da einfach... Ja, genau. Hör, Alter. Das war knapp. So. Ein Skull, Skull, irgendwas. Keine Ahnung. Wir haben wahrscheinlich wieder alle Namen. Könnte ich mir gut vorstellen. Bei den Gameboy-Teilen wurden die immer auch vorgestellt. Wenn man dann das Mega-Man-Spiel durch hatte auf dem Gameboy, dann wurden immer alle Gegner mit Namen vorgestellt. Das ist hier gar nicht so oft häufig der Fall. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das hier der Fall ist. Aber in anderen Teilen war es immer nicht. Da wurden höchstens mal die Endbosse vorgestellt. Achso, ja. Wir können ja den Pow-Pow-Pow-Adapter nehmen. Weißt du, wenn wir einmal gegenhauen? Das ist schon mal sehr gut. Aber so können wir den Halt direkt ausschalten. Das finde ich toll. Nette Idee. So, ich hoffe, hier gibt es auch noch ein paar... Eddie, ich hätte gerne einen... Nee, nee, Tank. Ich hätte gerne einen E-Tank. Wie lange bin ich denn eigentlich schon? Ich weiß es gar nicht. Wir haben schon fünf. Okay, hätte ich gerne noch einen? Nein, das Ding kannst du behalten. Ich brauche nichts aufladen. Alles cool. Eddie Tonnen. Ja, na, was ist denn heute? Ist heute Waffenaufladetag, oder was? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Na komm, gib mir was Vernünftiges. Ja, dankeschön. So. Wunderbar. Ach ja, die Dinger. Äh, die springen irgendwie weg, ne? Oder wie war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, die Augen fliegen weg, wenn man die kaputt schießt. Genau. Da kommen wir jetzt auch dran, tatsächlich. Sehr gut. Gut. Danke. Boah. Müssen wir schon sieben Stück haben. Jawohl. So, ich mache trotzdem mal gerade ein Safestate. Ich habe keinen Bock, die nochmal von vorne zu machen. Nein. Ich sehe jetzt noch Revisit. Da können wir das ja ruhig machen. So. Mit Reed lässt grüßen. Ja, von mir aus. Hau ab. Ich gehe da mal. So. Ach ja, stimmt. Uah, das hier war ja das. So, möglichst ohne bitte da anzustoßen. Alter. Das wollte ich genau nicht. So, sehr gut. Ja, und dann. Ach, was? Gott, das Ding bleibt immer noch stehen. So, Poweradapter. Ich gehe mal was zum Aufladen. So, hier kommen wir jetzt auch wahrscheinlich zum richtigen. Zum richtigen Nightman, wenn ich das mal sagen darf. Alter, wir haben wenig Energie. Das Ding da unten, ne? Können wir das kaputt machen? Ja, können wir sogar. Geil. Wie war ich das jetzt kaputt? Okay, so. Oh Gott, ob ich den so schaffe? Ich hoffe, ich hoffe, ja. Wir müssen mal einen unserer vielen E-Tanks umfangen. Oh Gott, wäre das schlimm. So, der Speer, ne? Der Speer hilft gegen ihn. Der Speer hilft gegen den Ritter. Oh Gott, ob ich den schaffe. Obwohl, der war, glaube ich, nicht so hart, ne? Der ging, der war nicht so, so mega. Genau, der wirft ja nur sein komisches Ding. Und springt, glaube ich, dann. Ah, nein. Wollte eigentlich. Oder rennt. Ja, das geht natürlich auch. Egal. Aber den kriegen wir, den kriegen wir, äh, down. So hat es der nicht. Und der kann ja seinen Morgenstern auch nicht ganz so weit feuern, weil, ähm, der, ja, wie soll ich sagen, der, 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 ähm, ja, an der Kette dran ist, deswegen, ne? Also von daher gesehen. So, falls man übrigens kein Telefon klingeln hört, das darf ruhig weiter klingeln. Das ist nämlich nicht für mich. So, werde ich jetzt auch nicht, nicht groß rausschneiden. Achso. Heute ist Springtag, oder was? Darf ich ja gerne machen. Ah. So, tschüss. Einmal durfte er in mich rein, aber egal. Ja, das passt schon. Ich bin sogar farblich zur, zur Wand, äh, angezogen. Das fällt mir jetzt erst auf. Voll der Tarnanzug hier für das lilafarbene Castle. Oh, Mann. You get night, see, and beat A parts. Okay, ich glaube, wir gehen genau in die richtige Richtung. Weil das sind die A-Parts. Eben hatten wir, glaube ich, B, ne? Dann fehlt jetzt noch, äh, was fehlt denn noch? B, E, A, T. Nee, das war ein E. Okay, dann irgendwo gibt es doch noch T und B. Keine Ahnung. Oh, Centaur Man. Ja, okay. Das war dieses Wasserlevel, ne? Was hilft denn nochmal gegen ihn? Ich glaube, der Morgenstern, oder? Ich glaube, ja. Stimmt, das war dieses Pseudo-Wasserlevel, was eigentlich überhaupt nicht zu dem Boss passt, weil das ist ein Centaur. Und, äh, was hat ein Centaur mit, ähm, ja, mit, mit, mit... ... mit Wasser zu tun? Nichts. Wirklich. Ich verstehe es halt nicht. Aber wahrscheinlich haben die Entwickler sich gedacht, wir brauchen noch irgendwas mit Wasser. Wir haben aber keinen Bock, irgendeinen Gegner mit Wasser in Verbindung zu bringen. Also, was nehmen wir denn dann? Ein Pferd. Ja. Ein Pferd, das im Wasser lebt, oder so. Ich habe keine Ahnung, wie die da drauf kommen. Ich kann es nicht sagen. Mit irgendeinem tieferen Sinn haben. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. So, Mann, das hat ja direkt funktioniert. Wisst ihr doch noch, wie am Anfang da, ich da immer geruddelt habe hier an der Stelle. Ich mache aber trotzdem Safe State. So, diesmal hat es direkt funktioniert. Ach, das Ding ist auch direkt kaputt. Mann, bin ich ja wieder super hier. So, Ladelin. So, die machen wir schon mal kaputt. Geben wir gleich ja nicht auf die Eier. So. Ach ja, das fand ich cool hier mit dem Wasser, wo man so durchschöpfen kann. Das finde ich eine nette Idee. So, den hier nicht. Ein bisschen Ähnlichkeit mit Dr. Wiley als mechanischer Gegner oder so. Oder, 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 äh, DuckTales irgendwie. Erinnert mich an McMoney Sack oder so. Kennt ihr noch McMoney Sack? Den Gegenspieler von Dagobert Duck? Das war ein Schotte. Schotten sind ja, naja, weiß nicht. Es ist immer dieses Klischee, dass Schotten so geizig sind. Das ist ähnlich wie hier in Deutschland die Schwaben, ne? Die sind auch sehr sparsam. Naja, McMoney Sack halt. So, ja, danke, das wollte ich haben. Sieht, äh, auch genauso aus wie Dagobert bis auf den Bart und den Schottenrock. Da haben sich die Zeichen etwas einfacher gemacht. Ich finde es aber auch nicht schlimm. So, das U-Boot mit der Wolke. Ach, das darf trotzdem rumfahren. Cool. So. The Yellow Submarine, auf die ich jetzt aber keinen Bock habe. So. Oh, Sprite Limitation of Doom. Oh, Gottes Willen, Alter. So, ciao. Ich schmeiße auch Wasserbomben woanders hin. Es ist mir egal. So, wie war denn das hier? Genau. Level geht eigentlich. Bis auf die Stapelszene geht es wirklich so einigermaßen. So, ich hoffe, ich kriege ihn down, bevor es hier die Raketen zu viel werden. Jawohl, okay. So, dann müsste hier, genau hier müsste jetzt der richtige Zentaurman sein. Und den konnten wir nicht erreichen, weil wir da nicht hinkamen. Aber jetzt schon. So, ich meine, es wäre tatsächlich der Knight gewesen. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ja. Es müsste der Morgenstern gewesen sein. Aber auch hier werde ich erst speichern. Und dann machen wir weiter. Ups. So, speichern. Ja. So. All right. Hallo, Centaurman. Du bist gleich ein toter Man. Uh. Ja, es war die Waffe. Achso, der hat ja so eine Attacke. Und so eine auch. Haha. So, wo kommt er? Da. Natürlich trifft er mich da immer. Weil er so ein geiler Treffer ist. Egal. Ciao. Eledigt. Eledigt. Wunderbar. Ja. Sehr schön. You get the Flash and beat T-Parts. Hm. So. Gut. Wie gesagt, die anderen Level gehe ich da nicht mehr rein. Wir holen jetzt nur noch Mr. Beat. Und dann geht's ab zu Dr. X. Oder Mr. X heißt der, ne? So. Ich würde auch sagen, ich mache hier nochmal eine kleine, ja, Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Mega Man. Bis dann.